Hi zusammen, heute geht es um günstige In-Ear Kopfhörer, die ungefähr für 20 bis 30 Euro erhältlich sind und die ich jetzt ungefähr einen Monat getestet habe. Dabei handelt es sich um die Soundpeats Free2 Classic. Das ist eine Kooperation, der Hersteller ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich sie testen möchte. Und da ich selbst schon überlegt habe, mir In-Ear Wireless Kopfhörer zu kaufen, kam mir das ganz recht und dementsprechend teile ich jetzt meine Erfahrungen mit euch. Die Soundpeats In-Ears kommen in einem kleinen Case, in dem sie auch aufgeladen werden und das Case hat an der Rückseite einen USB-C Anschluss und kann mit jedem gängigen Smartphone Netzteil aufgeladen werden. Zertifiziert sind die Kopfhörer nach IPX5, wobei das X bedeutet, dass das Eindringen gegen Staub nicht weiter getestet wurde und die 5 steht dafür, dass sie Spritzwasser geschützt sind. Das heißt quasi, wenn ihr trainiert oder wenn ihr draußen spazieren geht und es regnet etwas, dann sollten sie das eigentlich eine gewisse Zeit aushalten. Designtechnisch gefallen mir die Kopfhörer schon mal sehr gut, weil sie nicht diese längeren Böppel haben. Das ist aber persönliche Geschmackssache denke ich. Die Kopfhörer können mittels Gesten, also in dem man auf sie tippt, gesteuert werden, zum Beispiel lauter leise, Anruf annehmen, Anruf beenden oder aber Musik vorwärts, rückwärts zum Beispiel. Haben aber ansonsten keine fancy Features wie zum Beispiel Active Noise Cancelling oder einen Transparency Mode, dass man die Außengeräusche verstärkt hört. Das Noise Cancelling, darauf kann man eigentlich auch verzichten, denn die Kopfhörer sind In-Ears, die man direkt reindrückt. Deswegen schreiben sie von Natur aus schon gut ab. Den Transparency Mode würde ich mir aber unter anderem noch wünschen, denn wenn man draußen spazieren geht, hört man erst mal herzlich wenig von der Umgebung. Kommen wir nun zur Einrichtung. Die Einrichtung an sich war wirklich so einfach, wie es irgendwie geht, denn ich habe einfach die Kopfhörer genommen, beim Smartphone Bluetooth angeschalten, habe die Kopfhörer herausgenommen, es hat mir die Soundbeats Kopfhörer angezeigt und ich konnte sie damit verbinden. Jetzt, wenn sie mit dem Smartphone verbunden sind, ist es so, wenn ich sie im Case habe, ist die Verbindung getrennt. Wenn mein Smartphone weiterhin die Bluetooth Verbindung an ist, muss ich nur einen der beiden Kopfhörer oder auch beide Kopfhörer rausnehmen und sie verbinden sich automatisch mit dem Smartphone. Ein bisschen anders ist es, wenn ich es mit meinem Notebook, das Windows 10 nutzt, verwende. Da ist es so, also das Koppeln funktioniert identisch. Man geht auf Bluetooth, muss halt dann Geräte suchen, auf die Kopfhörer klicken und sie sind verbunden. Aber wenn ich danach wieder Bluetooth vom Laptop und vom Smartphone an habe, dann verbinden sie sich immer mit dem Notebook und ich muss erst manuell beim Notebook das Bluetooth ausschalten oder muss die Verbindung am Notebook trennen, bevor sich dann automatisch die Verbindung mit dem Smartphone wiederherstellt. Ähnlich ist es dann, wenn ich mein Tablet und das Smartphone nehme und beide sind gleichzeitig damit gekoppelt. Da ist es so, gehen wir davon aus, ich habe gerade Musik am Smartphone gehört und will jetzt Musik vom Tablet hören mit den Kopfhörern. Dann muss ich erst die Verbindung trennen und dann kann ich erneut mit dem Tablet koppeln. Wenn ich jetzt gerade die Kopfhörer mit dem Handy verbunden habe und das Handy liegt irgendwo in der Ecke und ich will jetzt aber mit den Kopfhörern, die ich noch drin habe, über ein Tablet hören, dann muss ich erst beim Smartphone das Bluetooth ausschalten oder da eben die Verbindung trennen, bevor ich sie am Tablet wieder verbinden kann. Denn wenn ich beim Tablet auf Bluetooth gehe und dann auf die Kopfhörer, die schon mit dem Gerät gekoppelt sind, drauf tippe, steht halt da, dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann, denn sie sind gerade mit einem anderen Gerät gekoppelt. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich nicht automatisch immer wieder umkoppeln, sage ich mal, dass wenn sie gerade mit dem Handy verbunden sind und ich will am Tablet hören, dass ich dann beim Tipp auf dem Tablet sie sich mit dem Tablet verbinden. Das hätte noch schöner gelöst werden können. Wenn wir uns dann die Bedienung anschauen, dann muss man sich jetzt vorstellen, ich trage beide Kopfhörer in den Ohren. Das kann ich auch mal machen. Also, ich habe jetzt die Kopfhörer in den Ohren. Das hier ist bei mir der rechte Kopfhörer, das ist der linke und nagelt nicht darauf fest, aber wenn ich jetzt auf den einen einfach kurz drauf tippe, dann wird die Musik, die ich höre, lauter. Wenn ich auf den linken tippe, einmal kurz, wird sie leiser. Wenn ich meinen Song abspielen möchte oder pausieren möchte oder eben einen Anruf ablehnen möchte oder annehmen möchte, dann muss ich doppelt auf einen der beiden tippen. Dabei ist egal, auf welchen ich tippe. Und wenn es dann wieder weiter spielen soll, wieder doppelt auf einen tippen. Und wenn ich Musik höre und ich zum nächsten Track springen möchte, dann muss ich auf dem rechten länger gedrückt halten bzw. auf dem linken länger gedrückt halten, wenn ich zurückspulen möchte. Das Bild aus der Anleitung, wie das funktioniert, blende ich euch nochmal ein, falls ich jetzt rechts und links vertauscht haben sollte. Und jetzt, wenn ich sie schon drin habe, komme ich auch gleich nochmal zum Tragekomfort. Generell finde ich, die Kopfhörer sind sehr angenehm zu tragen. Sie sind auch sehr leicht und halten recht sicher. Ich habe sie jetzt nicht beim Joggen getestet, weil ich in letzter Zeit nicht joggen gehe. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, wenn man einen leichten Sport damit treibt, dann halten sie. Aber wenn man jetzt wirklich aktiv draußen ist, ist es vielleicht besser, welche zu nehmen, die noch einen Bügel drumherum haben. Mit dem Lieferumfang zu den Kopfhörern sind auch drei verschiedene Größen zu den Aufsätzen, sodass man halt auf diese In-Ear-Muscheln aussuchen kann, welche Größe man drauf braucht. Also groß, mittel und klein. Das ist eigentlich beinahe zu jedem Kopfhörer so, denke ich. Nun kommen wir zum wohl wichtigsten Thema vom Kopfhörertest. Und zwar die Audioqualität beim Abspielen von Ton und die Mikrofonqualität. Passend zu diesem Abschnitt des Reviews nehme ich den Teil des Reviews jetzt auch mal mit den Mikrofonen der Kopfhörer auf. Wenn die Qualität allerdings trotzdem nicht gut ist, werde ich während dieses Teils wieder auf das normale Audio umspringen, weil ich gleichzeitig aufnehme. Deswegen auch das Lavalier-Mikrofon immer noch hier. Das werdet ihr aber vermutlich merken oder ich blende es euch nochmal ein. Zur Audioqualität generell der Soundbeats. Die Audioqualität ist, wir reden hier immer noch von 20 bis 30 Autocup-Hörern, wirklich, wirklich gut. Die Besser sind in Ordnung. Generell sind die Höhen recht sauber. Und auch wenn ich jetzt spezielle Lieder höre, wie zum Beispiel Hello von Adele oder von Billie Eilish, dem Bad Guy, dann hört man, dass da wirklich eine klare Trennung zwischen hohen und tiefen Tönen ist. Also der Ton ist ziemlich klar. Wenn ich jetzt einfach mal an teurere Kopfhörer denke, die ich jetzt auch bei mir daheim habe, dann könnten die günstigen Kopfhörer noch ein bisschen mehr Klangvolumen haben, aber immer den Preis im Kopf behalten. Was man hier geboren kriegt, ist wirklich ziemlich gut. Ich habe auch mal, weil jetzt meine kabelgebundenen Bluetooth Kopfhörer, also die Kopfhörer, die man so um den Hals legt, die habe ich hier auf meinem Kanal schon mal getestet. Das sind die Sony WI C310, glaube ich, getestet. Also ich habe mir einfach mal eine Reihe von Liedern ausgesucht, die ich nacheinander angehört habe. Und hier ist die Tonqualität ein riesen Unterschied. Die Soundbeats sind deutlich besser, sowohl was den Bass angeht, was die Höhen angeht, die Klarheit. Und also unglaublich, was sich getan hat. Ich meine, es liegen zwischen den Kopfhörern auch einige Jahre, so zwei, drei Jahre bestimmt. Aber die Soundbeats bieten für ihre 20 bis 30 Euro wirklich sehr guten Ton fürs Geld. Und da bin ich persönlich sehr überrascht gewesen. So, welche Ironie. Jetzt habe ich gerade einen Part mit dem Mikrofon der Kopfhörer aufgenommen, habe aber vergessen, darüber zu reden. Dazu komme ich jetzt wieder mit meiner normalen Audioqualität. Und generell muss ich sagen, also ich habe es getestet hinsichtlich, dass ich mal Memos damit abgeschickt habe, auch mal ein paar Sprachnotizen aufgenommen habe damit und muss sagen, ich finde die Mikrofone der Soundbeats deutlich schlechter als das eingebaute Mikrofon im Smartphone. Man kann es benutzen, wenn ich drinnen und draußen Memos aufnehme, ist es nicht furchtbar. Es ist zweckmäßig und man kann mich trotzdem gut verstehen. Aber ich finde die Aufnahmequalität von Audio ist nicht besonders sauber. Man merkt einfach, der Fokus, den der Hersteller bei den Kopfhörern drauf gelegt hat, ist die Wiedergabequalität von Musik. Noch kurz zur Akkukapazität. Generell muss ich sagen, kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, denn in meinem ganzen Testzeitraum von zwei Wochen habe ich das Case, in dem sie geladen werden, nicht leer bekommen. Ich habe mein Test halber sie mal drei Stunden am Stück benutzt, also die voll aufgeladenen In-Ears, und die haben dann ungefähr 30 Prozent in drei Stunden verloren. Ob das so weitergeht mit einmal Nutzung zehn Stunden kann ich nicht sagen, aber wie gesagt, ich habe sie bestimmt zehn Stunden und mehr genutzt und das Ladecase war nicht leer. Und wenn man über drei Stunden am Stück Musik mit diesen In-Ears hören kann, ohne dass man sie erneut in die Schale stecken kann, finde ich auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und wenn euch die Akkulaufzeit genauer interessiert, dann guckt mal, was der Hersteller bei der Box angibt. Thema Verbindungsqualität. Generell finde ich, dass der Delay zwischen, wenn ich jetzt ein Video anschaue, dem abgespielten Bild und dem Ton über die Bluetooth-Kopfhörer definitiv merkbar ist, aber nicht besonders groß. Dieser Input-Lag ist noch viel, viel größer, wenn ich über meine smarten Lautsprecher, ich darf jetzt nicht das Trigger-Wort sagen, abhöre, da ist es definitiv hörbarer. Und ich habe auch schon mit den Soundbeats-Videos geschnitten, aber der Delay ist auf jeden Fall da und ja. So, nun habe ich noch ein paar Probleme mit den Kopfhörern gehabt, auf die ich jetzt auch nochmal in einem separaten Kapitel eingehen möchte. Und es sind zum einen kurze Verbindungsaussetzer. Das klingt jetzt vielleicht auf dem ersten Moment mal etwas dramatischer, als es eigentlich ist, aber wenn ich draußen spazieren gehe, dann passiert es doch manchmal, dass auf einem der beiden Kopfhörer ab und zu mal, das ist immer ein anderer, mal ganz kurz beim Musikhören der Ton weg ist und danach wieder da ist. Es ist ein Sekundenbruchteil, nicht mehr eine Sekunde. Und ich bin mir nicht ganz sicher, womit das zusammenhängt. Ich hatte jetzt auch schon eine Überlegung, da ich oft über YouTube Premium, also in einem Online-Musik-Streaming-Dienst, dass es da auch einfach zu Probleme kommen kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über mein Auto Musik höre, tritt es eben nicht auf. Auch wenn ich mit dem Auto rumfahre und es eben mit einem Auskabel verbunden habe. Dementsprechend glaube ich schon, dass es irgendwie an der Bluetooth-Verbindung liegen muss. Ich will da jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass es wirklich daran liegt. Oh, come on. Ich verstehe nicht, wieso Leute mit lauten Autos immer so laut in meiner Wohnung vorbeifahren müssen. Ich wohne ja nicht immer an der Hauptstraße, aber ich komme vom Thema ab. So, jetzt ist es wieder ruhig. Also diese Verbindungsaufsätze sind definitiv vorhanden, aber doch eher relativ selten. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Kopfhörer 20 bis 30 Euro kosten, kann ich denke ich darüber hinwegsehen. Also bin schon der Meinung, wenn man sich die Soundqualität anschaut, geht das klar. Ein weiteres Problem ist vielleicht von mir nutzerspezifisch. Und zwar die Kopfhörer nehmen immer, wenn man sie wieder koppelt, die Lautstärke an vom zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät. Bei mir ist das meistens mein Smart Speaker. Und da drehe ich den Sound vom Handy auf maximale Lautstärke, sodass ich dann über Sprache die Lautstärke der Musik ändern kann, weil so einfach die beste Tonqualität zustande kommt und einfach die höchsten Lautstärken erreicht werden können. Das Problem ist jetzt hier, wenn ich die Kopfhörer dann einstecke, dann haut es mich halt vom Stuhl. Es ist unglaublich laut. Ich habe jetzt auch die Lautstärkebegrenzung über Bluetooth angeschaltet, dass es mich nicht mehr ganz so stark zum Stuhl haut. Aber ich fände es schöner, wenn da irgendwie noch was softwaremäßig gelöst werden würde, dass wenn diese In-Ear-Kopfhörer verbunden werden, die Lautstärke zum Beispiel automatisch auf 10% gesetzt wird, sodass man nicht immer in Gefahr gerät, dass man sich komplett wegpustet mit der Lautstärke von Musik. Und zu guter Letzt finde ich noch, dass die Geschichte mit der Verbindung ein bisschen besser gelöst hätte werden können. Denn wie ich es schon erwähnt habe, wenn ich die Kopfhörer mit meinem Notebook koppel, ist das Notebook quasi dominant und ich nehme sie einfach aus dem Case raus. Und auch wenn Bluetooth am Smartphone und Notebook an ist, verbinden sie sich eigentlich immer mit dem Notebook. Ich muss sie dann erst beim Notebook entkoppeln, damit ich sie wieder mit dem Smartphone koppeln kann. Ich finde, wenn das ab Werk schon so funktioniert hätte, ich tippe dann beim Smartphone drauf, jetzt koppeln, auch wenn sie mit dem Laptop gekoppelt sind, dann fände ich es halt cool, wenn sie sich beim Laptop entkoppeln würden und dann mit dem Smartphone koppeln würden. Oder zum Beispiel noch eine Koppelungsanfrage beim Notebook kommt, wollen sie das Gerät jetzt entkoppeln? Sowas fehlt irgendwie. Und ich denke, für mich ist es nicht das Thema, weil ich es halt oft nur mit dem Smartphone verwende und mit anderen Geräten nicht. Und da ist es echt cool, man nimmt einen Kopfhörer raus, steckt ihn ein, sie verbinden sich. Aber wenn von euch die Kopfhörer mit mehreren Geräten verwenden, sollte man das im Hinterkopf behalten, dass man halt immer wieder Verbindung gendern muss, beim anderen Gerät verbinden muss. Bei den Soundpeats Free2 Classic handelt es sich um wirklich gute Kopfhörer, was die Audioqualität angeht, für den Preis von 20 bis 30 Euro. Ich denke, da kann man sie auch mit teureren Kopfhörern vergleichen, wenn man sich das jetzt anschaut. Probleme haben sie ein bisschen bei der Audioqualität vor dem Mikrofon, finde ich. Außerdem sind die ganz seltenen Verbindungsaussetzer, die mich jetzt nicht unbedingt so negativ stimmen würden. Auch noch ein Punkt, wieso man sagt, die sind in der unteren Preisklasse angeziedelt. Wiederum, die Akkulaufzeit ist wirklich gut und ich möchte es nochmal betonen, der Preis sind 20 bis 30 Euro. Wenn ihr euch diese Kopfhörer holt, werdet ihr wahrscheinlich wissen, was ich damit meine, dass die Audioqualität wirklich, wirklich gut ist. Und natürlich ist es wieder so, ich habe kritisiert die Verbindung mit mehreren Geräten, aber ich finde es ganz gut, wenn ich sie nur mit einem Gerät betreibe, dass ich sie wirklich rausnehme. Sie sind verbunden, ich stecke sie wieder rein, sie werden entkoppelt. Das ist einfach ein sehr schöner Arbeitsfluss und ich finde es einfach richtig nice. Also ich benutze sie gerne. Einen letzten Wunsch an den Hersteller hätte ich noch, beziehungsweise an alle Hersteller von In-Ear Kopfhörern und zwar einen Transparenzmodus. Denn wenn ich draußen spazieren gehe, nehme ich von Umgebung und Verkehr nicht mehr so viel mit, weil halt trotzdem aufgrund des In-Ear Faktors die Umgebung schon ziemlich gut isoliert wird. Und das ist manchmal gefährlich, weil man halt andere Verkehrsteilnehmer auch mal übersehen kann. Also wenn ich mir jetzt selbst noch In-Ears besorgen würde, dann wäre das so mein größter Wunsch, dass es halt noch einen Transparenzmodus gibt. Ansonsten kann ich die Soundbeats wärmstens weiterempfehlen. Ich finde sie echt cool und werde sie erstmal auch weiterverwenden. Und habe jetzt gar nicht so den Bedarf, mir jetzt erstmal neue In-Ears zu holen, auch wenn ich mir eigentlich welche bestellen wollte. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Like da oder schreibt mir auch eure Meinung zu den Kopfhörern, falls ihr sie habt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.